Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Sie sind mehr als nur Freunde, sie sind endlich als Paar bestätigt. Beatrice Egli und Florian Silbereisen, zwei bekannte Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungsbranche, überraschten und berührten ihre Fans mit der offiziellen Bekanntgabe ihrer Beziehung. Nach vielen Gerüchten und Spekulationen aus dem Publikum bestätigten sie schließlich, dass sie nicht nur Freunde, sondern auch ein liebevolles und glückliches Paar sind. Die Beziehung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen sorgt seit langem für Aufsehen. Die beiden haben bei vielen Unterhaltungsprojekten zusammengearbeitet und treten häufig gemeinsam bei Veranstaltungen und Fernsehsendungen auf. Ihre Nähe und Intimität haben viele Menschen dazu gebracht, sich zu fragen, ob hinter dieser Beziehung etwas Besonderes steckt. In der Vergangenheit äußerten Beatrice und Florian oft öffentlich ihre Nähe und ihre gegenseitige Unterstützung. Sie zögerten nicht, von ihrer guten Beziehung zu erzählen und erlebten gemeinsam viele denkwürdige Momente in ihrem Leben und ihrer Karriere. An dieser Stelle haben sie sich jedoch entschieden, einen noch wichtigeren Schritt anzukündigen. In den sozialen Netzwerken teilten Beatrice und Florian süße Bilder und Botschaften als Liebesbekenntnis. Sie schickten sich gegenseitig Liebesworte und brachten ihre Gefühle klar und direkt zum Ausdruck. Dies machte die Fans unverkennbar und überbrachte dem Paar schnell Glückwünsche und Freude. Die offizielle Bekanntgabe ihrer Beziehung erregte große Aufmerksamkeit in der Online-Community und in den Medien. Die Fans haben ihnen ständig Glückwünsche geschickt und freuen sich, dass das Paar mit seiner Entscheidung glücklich und zufrieden zu sein scheint. Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben sich zu einem der heißesten Paare der deutschen Unterhaltungsbranche entwickelt. Ihre Intimität und Zuneigung haben die Herzen von Millionen Fans berührt und die offizielle Bekanntgabe ihrer Beziehung ist nur ein weiterer größerer Schritt auf ihrem Weg. Auch in den kommenden Tagen und Wochen werden die Fans Beatrice Egli und Florian Silbereisen sicherlich weiterhin auf ihrer Reise begleiten und unterstützen. Sie werden unvergessliche Momente und neue Erfahrungen in Leben und Karriere teilen und die Fans werden sie stets auf jedem Schritt des Weges begleiten. Und nicht heimisch war. Nachdem sie Tests durchgeführt hatten, fanden sie heraus, dass sie das fleischfressende Virus in sich trug. Sie entwurzelten und entsorgten sie, um sicher zu gehen, dass sich niemand sonst anstecken konnte. Innerhalb eines Monats ging es William besser. Sein Finger wurde durch das schnelle Eingreifen der Ärzte gerettet und er trug jetzt nur noch ein paar kleine Narben. Emma war offiziell seine Freundin und hatte ihn davon überzeugt, einem Fitnessstudio beizutreten. Jetzt konnte er auf dem Laufband laufen, anstatt im Wald zu wandern. Er liebte die Natur immer noch, aber jetzt genoss er sie aus.